allihaloha aber die ehren jetzt willkommen zurück zu ollie ollie world wir haben im letzten video hier aufgehört und schauen jetzt mal ins fitnessstudio was denn hier 15 firecracker innerhalb der zeit was ein firecracker ist immer nach hinten in fahrzeugen gezeigt es 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 okay 1 haben wir jetzt firecracker gemacht jetzt haben wir für ein tattoo es So, dann geht es jetzt hier weiter. Ich bin gespannt, was da wieder kommt. Verwandle einen 360 in einen Firecracker und lande damit. Gib Malik und Gonzo einen High Five und schließe ab und schütze. Zerschmettere einen Kristall und einen Mutantenschleim in einem Run. Hier unten müssen wir aber auch den Kristall holen. Dann müssen wir noch mehr hier runter. Scheiße, wollte ich gar nicht. Mama. Okay, wo hole ich die Fliege? Oh jei, das ist echt... Oh! 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 μα curiosum, wir müssen noch einen Rückgang vor brauchen. Wissea von Kur alten apps vont doch mal zurück, Incasserei. Ich fahr doch nicht. Wir haben ihn zu Hause vertreiben. Michael und Gonzo in High Five schließe ab, ohne zu stürzen. Okay. Dann müssen wir wohl oben lang. Ah, zu spät, den Manuel weitermachen, aber es ist wieder unglaubliche Tricks zaubern. Oh, Plattformen, diese Bewegung, I love it. Okay, wir wissen aber schon mal, wo wir hin müssen. Springt jemand zu spät? Okay. 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 Oh! Okay, ich würde sagen, die Highscore-Jagd, die lassen wir jetzt einfach mal. Die holen wir uns einfach mal, wenn ich Bock hab, weil ich möchte jetzt einfach ein bisschen Progress machen, ne? Dann haben wir ja alles geholt. Okay. Führe ein Wallride über die Werbetafel des Mülltrolls aus und schließe ab. Zerstich fünf Mutantenschleim in einem einzigen Kombo. Schieße, schließe unter dem Start ab. Oh! 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 Hm. Scheiße, hab ich jetzt in Müll-Trolls verpeilt. Nee, das ist nicht hier. Gut. Hier. Oh ja. Ich hab den Fenstel verpasst. Nein. Nochmal. Okay, schön. Oh, das war jetzt suboptimal, aber gerettet. Ich bin hier auf die Grand-Steine gekommen. Oh, mit den fahrenden Dinger ist echt immer so unberechenbar. Drei. Vier. Sollen wir den letzten jetzt wieder verballern? Fünf. Gut. Schließe unter dem Staat ab. Führe ein Wallride. Möge das selbe gute Zeug. Das war's. Hm, weil hier geht's zurück. Okay. Wo war das jetzt irgendwie angedacht? Ich bin mir so. Oh, der. Ich führe ein Wallride über die Werbetafel des Mülltrolls aus. Oh, der. 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 Oh, der.